Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Wir haben Hunger, Vollgas Hunger und sehr viel vor, da uns mir auch die liebe Selina so einen Haufen Tipps gegeben hat, was wir machen können, was ich machen soll auch. Wir haben viel zu entdecken, wir haben viel zu lernen, ich versuche gerade Sachen zu machen. So, Herrschaftszeiten, also Essen. Nomnom, gekochte Nahrung, ich würde sagen den Bumerangfisch, das andere nehmen wir für Wasser. Wobei, brauchen wir gar nicht, Essen ist wichtiger, wir sind am Verhungern. Ich möchte nämlich eine kleine Basis machen, ich möchte noch fehlendes Werkzeug basteln, was wir noch haben. Ich möchte Sachen scannen, damit wir Sachen bauen können, weiterentdecken und forschen. Und als erstes möchte ich mal Essen zur Mahlzeit. Ja. Nomnomnomnomnomnom, schmatzschmatz. So, warum, wo bin ich stehen geblieben? Ich sollte ja immer öfters den letzten Part anschauen. Ich muss kontrollieren, wir haben den Strahlenschutzhelm, den Strahlenschutzanzug und die Handschuhe. Und aus irgendeinem dummen Grund habe ich irgendwann den letzten Parts, glaube ich, meinen alternativen Taucherhelm weggeschmissen, weil ich ein Genie bin. Ich kann ihn aber, glaube ich, wieder bauen. Da wäre ein Kreislauf-Tauchgerät. Aber ist mir momentan ein bisschen Latte, weil, ähm, ja, wir sollen auch mal zur Aurora rüber schwimmen. Warte, was ist das? Neues Werkzeug, ne? Konstruktionswerkzeug konstruiert. Basismodule und Vorrichtungen aus Rohmaterialien. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wie wir das anstellen sollen, irgendwann mal so ein Basis-Dingsbums zu bauen, wenn wir das hier quasi herstellen müssten. Das würde das Fabrikator-Klumpad gar nicht können, ne? Also, ist klar, da brauche ich das hier. Und, ähm, was wir noch brauchen, wäre... War jetzt die Schubkanone, irgendwas war Kamotsu... Na, war der doch? Nein, vielleicht? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Irgendwas brauche ich noch, damit das Looten auch noch leichter wird. Habe ich das schon? Kann ich das schon? Warte kurz. Blabla, Seegleit, Seemotte, glaube ich, war es. Ach, du Heilige. Ähm, die soll uns nämlich beim, ähm, Sammeln von Ressourcen erleichtern, vielleicht Bestandteile, unbekannt. Vielleicht ist es ja so eine Art, wie soll man das jetzt erklären? Ja, machen wir es einfach. Vielleicht ist sie ja so eine Art Rucksack. Oder besser gesagt, vielleicht kann man ihr sogar noch optimalerweise sagen, du, da drüben, da werden Blei vorkommen. Bitte taucht doch rein und lasst dich von dem Bombenfisch vermöbeln und wir bleiben unverletzt. Und dafür bringst du uns noch zusätzlich das Blei mit. Na, geht doch. Ist doch nicht zu viel verlangt. Genau, die Dinge, das Ding muss ich bauen. Ähm, und wir sollen auf jeden Fall mal zu Aurora schwimmen. Also ich brauche jetzt sowieso mal was zum Futtern. Ich muss jetzt sowieso mal wegtauchen. Ich hoffe, dass uns nicht diese ekelhaften Mistviecher da umbringen. Halt, halt, halt. Ich will dich essen. Also fangen und dann braten und dann essen. Verstehst? Wo ist er hin? Hallo? Fisch? Weg. Na toll, das habe ich fein gemacht. Ähm, ja. Also das ist mal der Plan. Mal Essen suchen. Würdest du dich fangen lassen, bitte? Ja, das fängt schon wieder super an. Ne? Hey, lass dich fangen. Danke. Du bist nicht zum Fangen gedacht, ne? Nein. Der Läster will nicht. Da hat man noch so einen Boomerang. Äh, 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 äh. Boomerang? Fisch? Danke. Äh, so ein Blasenfischi wäre auch gut für Wasserle. Jo, und wenn ich jetzt ein... Habe ich den schon gescannt? Alter, das hört sich gerade übel an. Ähm, ich wollte gerade fragen, ob ich den schon gescannt habe. Das schaut so sonderbar schön aus. So unbekannt schön. Habe ich das schon? Habe ich... Nein, ich glaube nicht. Nein. Eine neue Spezies hier in der Gegend? Oder einfach nur nie aufgefallen? Stilaugenfisch, glaube ich. Nein, Boomerang haben wir schon. Halt. Jawohl. Stilauge. Ich tauche mal auf, dass wir Luft kriegen. Stilauge. Ein langsamer und neugieriger Pflanzenfresser, dessen Tarnfarben ein Anzeichen für ein bevorzugtes Fluchtverhalten in Richtung Meeresbodens sind. Deshalb ist es so bräunlich. Schönes Klubschauge. Erstens Stilaugen. Wahrscheinlich nützlich für die Beobachten, äh, für die Beobachten von... Für das Beobachten, oder? Egal. Von Feinden aus dem eigenen Korallenversteck heraus. Zweitens Verhalten. Der Stillauge ist tagsüber aktiv, aber immer langsam und gutmütig. Daher hängt sein Überleben von seinen Tarnfarben ab und davon, dass Räuber anderswo eine reichhaltigere Mahlzeit bekommen können. Boah, wie gemein. Beurteilung essbar. Ja, wir sind auch so ein, boah, so ein, so ein, so ein richtig mieses, fieses... Konnte ich den jetzt fangen? Ich konnte nicht fangen, ne? Verdammt. Wir sind auch so ein richtig mieses, fieses, ähm, Subjekt. Das nur auf Futter aus ist, ne? Also Aurora, wir kommen dich gleich besuchen. Ich geh noch schnell nochmal was zu essen machen. Weil, äh, ich bin hungrig. Meine Muskeln verbrauchen zu viel Energie. Ja, so. Also rein hier. Und platsch. Ist das schon wieder zu laut? Ich hoffe, das geht diesmal. Ich hoffe auch, dass meine Stimme diesmal besser ist. Ich hab's in der Pro-Aufnahme zumindest erfolgreichst so hinbekommen. Ich weiß auch, was ich letztes Mal falsch gemacht hab. Es tut mir leid, dass ich so leise war und der Hintergrund so laut. Ich hoffe, dass es jetzt besser klappt. So, Mahlzeit. So. So. Gekocht Blasenfisch geht nicht, weil wir das nicht haben tun. So. Die Firma dankt. So. Also Mahlzeit. Und nom, nom, Mahlzeit. Passt. Zum Saufen habe ich nichts, habe ich Salz. Ich habe Salz. Wie ging das denn nochmal schnell? Herstellen, warte. Ah, fehlt mir da nicht noch ein Item. Fürs Wasser. Salz, warte, Ressourcen. War das schon hier dabei? Oh, doch, doch, doch. Chlorbleiche, das passt. So. Und daraus machen wir jetzt köstliches, desinfiziertes Gewässer. Prost. Super. So. Danke, das wär's. Ein Schluckerl gönnen wir uns schon mal, würde ich sagen. Prost. Jawohl. Und, ich glaube, ein zweites Medikit nehmen wir auch gleich mit. Ich werde es aber, glaube ich, runter tun. In unsere Allzweckbox, die war hier. So. Da ein bisschen was reinhorten. Ups. So. Ah, eins haben wir eh drin schon. Gekocht. Gekocht. Wasser, Wasser, Batterie. Und Standardtauchflasche. Okay, ein bisschen was Reserve haben wir sogar. Ich werde trotzdem das, oder? Sollen wir es mitnehmen? Ich werde auch zwei Fackeln, glaube ich. Hoppala. Jawohl. Zwei Fackeln lassen wir da, dann habe ich wieder Platz. Ich nehme es lieber mit. Wer weiß, was uns noch fressen wird. So. Äh, jo. Also, Aurora. Wir sind jetzt eigentlich recht fit, glaube ich. Jetzt könnte ich mich mal trauen, rüber zu tauchen. Oder zu schwimmen, besser gesagt. So. Bin echt gespannt. Wir haben halt recht viel mit. Ich hoffe, das ist kein Problem. Vier Slots haben wir frei. Die hätte ich vielleicht noch verarbeiten sollen. Egal. Blanche, 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 blanche. Hauptsache, wir sind vor Strahlen geschützt. Weil, dadurch, dass die Aurora so hässlich explodiert ist, glaube ich, ist die Strahlenwert im Wasser nochmal gestiegen, ne? Ich glaube, das war so. Jo. Hier habe ich hier schon... Habe ich hier das eine drum gescannt? Wo ist denn mein Werkzeug hier? Habe ich das gescannt? Da war ja was. Oder, warte, war es genau hier, was ich noch scannen wollte und den Ort nicht mehr gefunden habe? Ja, ja. Das ist alles Zocki exklusiv. Ich glaube, da war irgendwo ein Drum. Das bilde ich mir, glaube ich, jetzt nicht ein. Oder ich bin tatsächlich wieder am falschen... War das hier? Da! Gravitationsfallenfragment. Genau. Tada! Eins von zwei. Gut. Genau, das wollte ich. Jetzt ist die Frage, ob es hier das zweite Drum auch noch gibt, zufälligerweise in der Nähe eventuell. Ich will einfach mal ein bisschen Luft holen. So. Äh, jo. Und. Blub. 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 Die Rettungskapsel wird angegriffen da drüben. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin nur hingeschwommen, glaube ich, ne? Ja, sollte ich auch mal machen. Ich, äh, es ist zu viel. Zu viel, zu viel. Zu viel, zu viel. So. Wir sind wieder voll mit Sauerstoff. Ich tauche mal wieder auf, weil ich das uns diese Raubfischlein hier mit Vergnügen verspeisen. So. Ich möchte jetzt wirklich mal zu Aurora hin. Das ist wirklich ein, ein, ein... Wie soll ich sagen? Ein langgegebener Tipp. Und dann werde ich auch... Ich meine, die Quest läuft, sonst läuft mir jetzt hoffentlich nicht davon. Ich, dass ich nochmal ein Blödsinn mache. Ich hoffe nicht. So. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne? Das mit den Ausirdischen hier, das war schon krass, oder? Ich fand's krass. Aha, hier ist es schön dunkel. Da könnte wieder was zum Scannen geben. Das ist so eine komische Sternenpflanze. Bist du was zum Scannen? Also die Blaupalme, die haben wir eh schon. Du bist komisch. So. Hier wäre was zu futtern vielleicht, wenn ich Glück habe. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich sollte mich nicht ablenken lassen. So. Ich dachte nur, vielleicht, wenn es schon die Möglichkeit besteht, etwas Essbares zu kriegen. Jo. Das Blöde ist, dass jetzt wieder Nacht ist, ne? Sollte man vielleicht wieder mit Taschenlampe arbeiten? Ich sollte vielleicht auch wirklich bewusst tauchen. Vielleicht gibt's hier unten ja auch schon bestimmte Teile, die scannbar wären. Das ist jetzt alles nur Metalschrott, ne? Äh. Okay. Du heilige. Uh, uh, uh. Hallo. Sandhai. Der hört sich eher an wie so ein Tiger. Ich möchte dich gerne scannen, bitte. Also, hau nicht ab. Huh. Hat das Scannen jetzt funktioniert? Huh. Ich glaube nicht. Tada. Einheimische Lebensform. Ein Sandhai. Ich tauche mal auf. Ein kräftiger Jäger von mittlerer Größe, der sich im Sand eingräbt und seine Beute von unten aus dem Hinterhalt angreift. Wie viele Räuber können auch hungrige Sandhaie, die zu nahe kommen, vorübergehend abgelenkt werden, indem man sie füttert. Erstens. Vordere Rückenflosse. Die ungewöhnliche Lage dieser Flosse weist darauf hin, dass sie nicht zur Fortbewegung im Wasser dient. Sie könnte zum Umschichten von Oberflächensand oder bei Bahrungsritualen eingesetzt werden, oder aber es handelt sich um ein evolutionäres Überbleibsel. Zweitens. Segmentiertes Außenskelett. Die dicke Panzerung macht den Sandhai nahezu immun gegen Angriffe von oben. Obwohl er zu beeindruckender Beschleunigung fähig ist, hindert ihn sein Außenskelett daran, schnell die Richtung zu wechseln. Der Sandhai ist somit ein perfekt entwickelter Lauerjäger, aber nicht zu ausdauernder Verfolgung fähig. Drittens. Füße. Der hat Füße. Kaum zur Fortbewegung geeignet. Sie werden wahrscheinlich verwendet, um den Sand oberflächlich aufzulockern, sodass sich das Tier in den Boden eingraben kann. Beurteilung meiden. Sei wachsam vor Angriffen in sandigen Biodomen. Ja, das ist ja hervorragend. Das ist ja schön. So, ich möchte aber trotzdem da noch ein bisschen... Weil mir kommt vor, da war eine Kuhgel da drüben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich eventuell... Ist das ein neuer Fisch? Das hört sich an wie ein Delfin. Was wollte ich sagen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich etwas für uns Nützliches ist. Schön wäre es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Könnte es sich aber auch um einen Stein gehandelt haben. Der war nämlich dann doch... Jetzt wird ja da drüben, ne? Also das müsste ein Erzvorkommen sein, eigentlich sogar, ne? Wow! Die Batterie ist aus. So, das... Jetzt ist es wieder finster. Habe ich noch eine Batterie mit? Ich muss unbedingt dieses Drum bauen. Ja, die Batterie habe ich ja erfolgreich gebunkert, ne? Hust. Super gemacht, Suki. Da gibt es nichts zu sagen. Ich tauche mal auf. Ähm, was haben wir hier? Das schaut ja verdächtig aus. Beschädigte Kabel, Reparaturwerkzeug benötigt. Habe ich sowas nicht mit? Reparaturwerkzeug. Scanner, bla bla, Reparaturwerkzeug. Habe ich eh mit. Äh, wo tun wir es denn hin? Mal da, die Taschenlampe ist eh ruiniert. Dann schauen wir mal, ne? So. Reparieren, bitte. Ich brauche Luft übrigens. Tada! Okay, jetzt kann ich da jetzt echt rein? Warte mal. Ich muss mal Luft holen. Ja, die Sonne geht auf. Gott sei Dank. Wir sehen jetzt gleich wieder was. Besser gesagt, wir sehen jetzt schon was. Jetzt muss ich da mal reinklubschen. Hallo? Ist da jemand zu Hause? Huch, ich bin da ein bisschen schief. Äh. Ähm. Hören wir mal den Scanner raus. Hallo? Uh. Uh. Schreibtisch. Aha. Das kennen wir mal. Tada! Schreibtisch. Neuer Bauplan verfügbar. Hurra! Das ist ja schön. Gibt es hier noch was für uns? Hier kann man gleich... Oh Gott, ist der finster. Äh. Ich befürchte... Oh doch, ich glaube, es geht weiter hier. Nein, aber es ist so dunkel. Ich brauche mal Luft. Upp. Machen wir wieder zu, das Ganze hier. So. Okay. Wir haben mal einen Schreibtisch. Sehr schön. Ähm. Das mit der Taschenlampe ist jetzt gerade echt doof. Ähm. Ich kann jetzt nicht zufällig aus dem Hut eine Batterie zaubern. Säurepilz. Ich kann sie schon schnell herstellen, wenn ich zurückschwemme nochmal. Weh. Es ist Zeit für... Das ist... Schlecht vorbereitet, Zocki. Schlecht vorbereitet. Pfui. Ähm. Mist. Ja, was soll ich machen? Ich brauche fast Licht. Es ist echt saudunkel da drin. Ja, was soll's. Ich bin Schussel... Halt nochmal zurück. Ich hole mir in dem... Lager, das wir da haben... Hole ich mir halt ganz schnell die Batterie und rein damit in die Taschenlampe und gut ist. Vielleicht habe ich Platz im Rucksack. Ja, ich habe Platz. Ich könnte sogar, wenn ich möchte, noch... Ich meine, zum Essen würde ich auch wieder was brauchen. Sind schon wieder hungrig und durstig. Aber bei Trinken habe ich noch, ne? Ja. Aber Essen wäre cool. Oh. Sind das da? Okay. Dauert noch ein Weilchen. Hm. Ja. Holen wir mal schnell die Batterie. Äh. Nehme ich mir noch eine Reserve mit, sicherheitshalber. Und dann schwimmen wir halt wieder zurück, ne? So hin und her. Jo. Und dann schauen wir uns die Aurora nochmal genauer an. Jetzt haben wir einen Schreibtisch schon gelernt. Das ist super. Da können wir uns schon eine hübsche, nette, kleine Basis dann bauen. Ich möchte sie übrigens, wenn, dann da hinten bauen, wo wir diese Insel gefunden haben. Das wäre mir ganz lieb. Ja. Fischi, Fisch. Fischi, Fisch. Uhu. Ich will, ich brauche was zu essen. Fischi, Fisch. Klupschi, Klupschi. Halt, Klupschi, Klupschi. 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 Da gehen wir schnell kochen, dann gehen wir schnell essen, dann tun wir was saufen und dann gehen wir weiter. So. So, schnell, schnell. Oh, ruck. Und schuh. Hallo. So. Also bitte, äh, essen. Schnapp, schnapp. Einmal. Droh. Zweimal. Und den da unten. So. Perfekt. Tada. Sehr gut. Wahrscheinlich, wenn wir das gebökelte, also dieses gesalzene Essen essen würden, wahrscheinlich gibt es mehr aus, denke ich mal. Okay. Wir haben sogar noch was Reserve und ein Schluckerl noch. Perfekt. Dann machen wir gleich, weil ich noch ein Salz übrig habe, machen wir gleich nochmal dieses, ah, was fehlten? Röhrenkoralle. Aha. Habe ich da zufällig hier drin noch was? Niemals. Nein. Mist. Bin gleich wieder da. Das möchte ich schon noch haben. Wo ist es denn? Da. Ein Messerchen. So, und einmal. Zack. Messer will ich haben. Zack. Danke. So, das möchte ich haben, damit ich schnell noch Wasser machen kann. So. Äh, damit wir das mitnehmen können, weil Wasser ist definitiv wichtig. Da sollte man was auf Lager haben. So. Und die Batterie nicht vergessen, die Batterie nicht vergessen, die Batterie nicht vergessen. Trinken. So. Ich brauche den Säurepilz mit nochmal runter. Ich tepp. So. Entschuldigung. Ja. Ich tepp. So. Säurepilz ist da vorne schon. Zwei Stück. Bitte reichen vorne ganz. Einmal. Zweimal. Danke. So. Jetzt wieder rauf. Scheißlich. Ungut. So. Ich feil herum. Wie immer. Wie immer. So. Und Elektronik und Batterie. So. Passt. So. Jetzt da müsste ich. Wie geht das jetzt mit der Batterie? Wird das automatisch gemacht? Oder muss ich die Lampe ausgerüstet haben? Wahrscheinlich, ne? So. Vielleicht. Mal schauen. Und jetzt? Batterie. So. Nein. Ladestand. 100%. Oder braucht man dafür gar keine? Ladestand. Null. Doch. Ich will die bitte. Warte. Wie geht das? Schnell Zugriff. Schnell. Bla bla. Schnell. Schnell. Vielleicht muss ich beides ausgerüstet haben. Geht gar nicht. Okay. Wie mache ich das jetzt? Ist das? Ich dachte, das wäre hier was gewesen. Aber war das hier Medikit-Geschichte? Muss ich das mit dem Fabrikator machen? Seegleiter. Schmierstoff brauche ich nur mehr, dann kann ich den schon. Oh. Oh. Deshalb habe ich... Ich bin so dumm. Warte kurz. Warte kurz. Wie ging das schnell? Schmier, bla bla. Schmierstoff. Das war der Gummi. Das hier. Schling. Pflanzen. Samenbüschel. Verdammt. Ich habe nur die Pflanze selber. Da werde ich jetzt aber trotzdem mal das hier draus machen. Dass ich Platz... Ich hoffe, ich habe Platz. Ah, Scheimkleister. Kabelsatz. Brauche ich nochmal nicht, oder? Wie zum Teufel? Oder geht das automatisch? Sobald ich sie verwende, dass ich dann nachlädte. Weiß Batterie. Da. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es mal. So. Energiequelle. Ah da, Energiequelle wechseln. Steht ja da. Ich muss nur lesen. Mit R. Ähm. Batterie, bitte. Danke. Geht eh. Man muss nur lesen können. Was wollte ich jetzt machen? Äh, Schlingpflanzen, bla bla. Genau, ich muss da kurz rüber nochmal. Diese... Oder nein. Warte, habe ich nicht eins lagernd? Ich trottel. Habe ich nicht den Säure-Tropfen gelagernd gehabt? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Da ist er ja. Da ist er doch. So. Geräte. Seegleiter. Ein Propeller wandelt Drehmoment in Schub um. Schauen wir mal, ob das was Gescheites ist. Tadaa. Tadaa. Aha. Okay. Also jetzt sind wir schneller. Das jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt dadurch auch... Das ist die Frage, wie sie das verbraucht, ne? Egal. Ähm. Brauche ich da noch was? Glaube ich nicht. Okay. Passt. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Habe ich das Gerät jetzt mit? Tatsächlich, ja. Das braucht halt echt viel Platz, aber... Ist mir jetzt da wurscht. Ich will es jetzt mal ausprobieren. Vielleicht habe ich so viel Glück. Aha, das braucht auch Batterie. Aha. Dann kann ich, glaube ich, schon... Oder ist das ein Riesenscanner? Oder zufällig beides? Wo ist jetzt das Ding? Hallo? Koralle? Koralle? Bin ich doof? Warte mal. Bin ich jetzt dumm? Wo ist denn die? Bin ich jetzt zu weit weggeschwommen? Wow, da bin ich echt weit... Wow, das war schnell. Da ist sie ja. Alter Schwede. Ich habe gedacht, ich bin noch unterm Schiff. Also unter der Rettungskapsel. Nix da. So, die Batterie wollte ich mitnehmen. Da. Das werde ich, glaube ich, brauchen, damit wir mit dem Gerät wieder zurückkommen. Aber wenn wir Glück haben, ist es auch ein bisschen sparsam. So, auftauchen. So. Und... Nachdem das ja so schnell geht, ne? Wären wir gleich zur Aurora damit, ne? Das ist die Frage, geht das über Wasser auch tatsächlich? Oder? Nein? Geht unter Wasser besser, hm? Sind wir damit schneller? Ja, definitiv. Hui! Einbilden tue ich es mir nicht, oder? Das geht schon flott. Kann das Drum jetzt auch scannen, theoretisch? Das wäre echt ein Hammer. Hui, ui, ui. Okay, es verbraucht doch ganz schön Energie. Aber es geht trotzdem sehr viel schneller. Mega cool. So. Passt. Das ist echt... Aha, wir haben schon wieder ein Funksignal. Aber darum kann ich mich jetzt gerade nicht kümmern. Ich muss kurz auftauchen, ich weiß gar nicht, wo die Aurora ist. Ah, passt ja alles. Sind wir eh da. La, 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 la. Jetzt ist das doof, ich hätte vielleicht diese eine Türe markieren sollen. So, ich schalte das jetzt mal aus. Ah, da haben wir schon das Bällchen. Das schau mal. Diese Gravitationsfragments fallen Dings da. So, tadaa. Neuer Bauplan, verfügbar. So. Nice. Gut. Das zu dem. Dann look mal hier mal. Wupp. Wo? Ah, der wäre nochmal so ein Gravitationsding gewesen. Also spätestens hier. Hätten wir es sofort lernen können. Das ist nichts Besonderes, ne? Nö, nö, nö. Nee, nee. Haben wir hier drinnen. Das schaut komisch aus. Aha, das ist gar nichts. So, mal schauen, ob in den Kisten es ist. Die hustet immer ein Bild so komisch. Jetzt ist die Frage, ob sie sich verschluckt hat. Hehehe. Oder, keine Ahnung. So. Kann man in dieses Metalldingens auch rein? Ah, das ist das mit der Tür. Ich bin nur dumm. Okay. Passt. Ist ja das gewesen. Passt schon. Ähm, und zwar. Warte mal. Ich brauche jetzt bitte die Lampe. So. Also Lampe an. Ja, man kann hier weiter. Okay. Boah, jetzt habe ich mich von meiner eigenen Schwimmflosse da erschreckt. Okay. Dann nehme ich mal an. Hier ist eine Tür. Aha, ich glaube, ich kann den Scanner auspacken. Jetzt ist es halt dunkel leider, ne? Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Ja, cool. Ein, zwei von drei haben wir gefunden. Ja, nice. Da ist noch was. Ah, perfekt. Drei von drei. Mobile Fahrzeugstation. Was haben wir noch? Noch mehr? Oh, ich bin nicht weiter saufen. Oh Gott, ich werde saufen. Hilfe. Ähm, warte. Licht. Ich muss hier raus. Oh. Das habe ich gar nicht geachtet. Wo muss ich jetzt hin? Äh, verdammt. Wo war denn das jetzt? Ah, ich werde saufen. Okay. Zurück zur Rettungskapsel. Na toll. Aber die Einträge haben wir. Die müssten gespeichert bleiben, ne? Oder? Du hast ein paar Gegenstände verloren. Ach, Hupfengatsch. Aber das ist geblieben. Das Trinken haben wir auch noch. Sind die Einträge jetzt auch geblieben? Ach, das war klar, dass ich da saufen werde. Ähm. Habe ich jetzt nicht die... Habe ich... Achso, meine Auslösung ist auch schon erhalten geblieben, oder? Um Gottes Willen. Ja. Habe ich hier noch die... Mit hoher Kapazität? Das hat nicht gereicht. Lufttechnisch. Übel ist das. Übel. So. Seerkleiter erweitert unsere Fähigkeiten. Jawohl, das kennen wir schon. Das wissen wir schon. So. Hier neue Baupläne. Einmal die mobile Fahrzeugstation. Stellt Fahrzeuge aus Rohmaterialien her. Das ist auch super. Äh, die Signalboja wäre noch schön gewesen. Seemote habe ich noch überhaupt nichts. Dann war, glaube ich, haben wir noch was. Leiter. Hier den Schreibtisch natürlich. Da brauchen wir nur... Nur... Nur. Ein normaler Raumschiff-Schreibtisch. Brauchen wir nur Titan. Das werde ich dann alles bauen, wenn wir eine Basis haben. So. Und das können wir jetzt auch machen, die Kommunikation. Das ist hervorragend. Was ist das? Hä? Was bist du? Was? Ach so, das war noch... War ich das jetzt oder war das jetzt noch von dem... Hä? Was bist du? Ach du heiliges Ding. Wuhh, gruselig. Okay, ähm. So. Strahlenschutzausrüstung haben wir ja. Ähm. Signal, bla bla. Äh, die vierte... Die dritte? Hä? Wo ist die vierte? Müsste doch jetzt eine Mission da sein, oder? Oder ist das automatisch jetzt wieder? Äh. So. Langsam. Ähm. Ja. So. Ungefähr nördlich, nordwestlich von der mittleren Backbordseite der Aurora. So ist eh nicht weit weg, ne? Ist das aus ihrer Sicht? Dann ist es auf der anderen Seite von ihr ungefähr. Sollen wir dann den armen Teufeln was zum Essen mitbringen, oder so? Ich habe keine Ahnung. Wasser haben wir zum ersten Mal und einen gekochten Boomerangfisch, das muss rein. Wobei ich den schon bald selber brauche. So. Äh. Gehen wir mal wieder runter. Ich sollte... Aha. Wir haben wieder finster. Nacht. Und der Part ist auch zu Ende. Brr. Jo. Ein großer Fisch. Das ist natürlich nicht so super. Ich möchte gern den hier fangen. So. Passt. Weil... Essen und so. Ich werde noch sicher etwas braten und was essen, weil wir sind echt hungrig. Auch wenn es nur ein kleiner Haps ist, besser als nichts. Salz wäre auch wieder super, wenn wir kriegen könnten. Salz wäre ganz super. So. Den essen wir mal weg. So. Jetzt geht es uns wieder ein bisschen besser. Da es jetzt Nacht ist... Puh. Würde es sich, glaube ich, sogar anbieten, dass wir zu Aurora rüber buddeln. Ich glaube, das müsste, wenn, dann da oben irgendwo sein, ne? So. Das heißt... Jetzt wäre beides gut. Licht und Seegleiter. Ich weiß nicht, ob der irgendwie Licht ausstrahlen kann. So. Dann machen wir mal unser Glück, ne? Ah, hier haben wir unser Sauerstoffröhrchen. Ach, du Heilige. Hi. Ich muss weg. Boah. Alter. Der wollte uns gerade essen. So. Also, es müsste irgendwo in dieser Richtung sein. Da schwimmen wir mal schnell hin zuerst. An den Part muss ich auch banden. Banden wir zuerst den Part und ich schwimme da mal weiter. So machen wir das. Ihr Lieben. Das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Und je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Da blitz's gerade. Okay. Tschüssi.